Was macht mein Sohn? Er malt, die Schwester ist bei ihm. Angelika, ich hatte dich so gebeten, nicht zu spielen. Du weißt doch, Ben kann es nicht vertragen. Aber er hat doch gesagt, es beruhigt ihn, wenn er malt. Noch mal, bitte. Ja? Und warum kämen Sie ihm denn nicht zu essen, Schwester? Das hat Zeit. Man darf ihn jetzt nicht stören. Ja? Ich habe Vater ans Flugzeug gebracht. Er lässt dich noch vielmals grüßen. In zwei Uhr geht sein Schiff. Ben, du musst jetzt essen. Essen! 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 Was, was tat ich, was habe ich getan? Du hast gemalt. Ah! Ich habe gemalt. Das ist doch nicht... Das ist doch nicht Kreuzfarbe. Das ist doch... Kreuzer, Sonate. Das ist doch kreuz Schnee. Das ist doch... Eiskalt! Wenn nicht essen. Das ist doch giftig. Essen! Nicht essen! Essen! Nicht essen! Essen! Du Arsch, du willst mich vergiften! Lass mich raus! Magenrot, Magenrot, leuchtest mir zum frühen Tod. Tod... 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 Ich hatte so viel hofft. Der letzte Anfall war vor Monaten. Auch Vater war ganz zuversichtlich. Sonst wäre er doch nicht gefahren. Es kommt eben immer wieder. Immer wieder schrecklich. Mutter, du musst dich nicht so aufregen. Ich soll mich nicht aufregen, wenn mein Kind zugrunde geht. Nicht so laut. Es wird immer schlimmer. Jetzt hasst er mich schon. Was für eine schreckliche, unheimliche Krankheit.